Ich denke, dass wir einfach wieder in der Woche nach den zwei nicht guten Spielen von uns, dass wir da einfach wieder die Köpfe frei bekommen, dass wir wieder Spaß am Fußballspielen haben, im Training zeigen, was wir können. Und die ersten Tage bei mir waren auch sehr, sehr gut. Also, was ich so in der Mannschaft gesehen habe, die Qualität sehr, sehr hoch ist. Und das müssen wir einfach wieder versuchen, an jedem Spiel da gerührt zu bringen.